Okay, wir wollten jetzt da runter, noch irgendwas dann zaubern? Oh, hallo Zwerg. Dich hätten wir fast gesehen. Zwergnummer, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Zwerge. Äh, ja, darauf gehen wir mal nicht weiter ein. Klick. Das werden gleich irgendwo die Medusen sein. Aber nicht direkt am Eingang, das ist schon mal gut. Haben so einen kleinen Zug, das was Rotes. Erster Test, Zaubermütze nicht. Gidee. Oder auch nicht. Plündern, denn wir werden hier nicht wieder runterkommen, wenn wir das Seil angebracht haben. Das erkenne ich nicht. Brauchen wir wirklich? Noch können wir das wirklich brauchen. Kann er das verkaufen. 600 Gold ist okay. Mit, 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 mit. 750. Okay, wollen wir versuchen, die einen zu verprügeln? Ja komm, eine. Das muss machbar sein. Wo bist du hin? Da bist du hin. Sobald der erste Verstellern sitzt, sind wir weg. Also, hauen, hauen, hauen. Oh, wir müssen Waffen wechseln. So. So. Oh, das bitte einmal reparieren. Nicht zu genau hinsteuern, Egerugon. So. Hauen, daneben. Äh, Königin. Da haben wir uns das richtige erste Ziel ausgesucht. Keiner hat bisher getroffen. Ich magierugon. Komm schon. 15 Trefferpunkte. 25 Trefferpunkte. Ist machbar. Oh. Und die einzige Versteinheit, die er entsteinert kann. Das ist jetzt echt nicht gut. Okay, wir laufen jetzt einfach einmal panisch durch. Schleime. Oh, Erz. Und was war das für ein schwarzer Trank? Stein zu Fleisch. Schwupp. Sehr schön. Dich können wir umbringen. Und das machen wir auch. Jeder Gegner weniger ist gut. So. Wir laufen jetzt einmal durch alle Korridore. Suchen weitere verscharrte Zwerge. Und den Aufzug. Den Aufzug werden wir noch nicht benutzen. Oh, das sind... Warum immer sie? Oh. Du heil sie. Du... Werd den Trank bekommen. Du Ensteiner sie. Und du... Ensteiner sie. Menno. Das geht richtig flott. Okay. Ähm. Heil sie. Also da ist ein Raum mit zwei... Medusen. Ich wollte schon Hydra sagen. Hydra... Wem wir glaube ich momentan lieber? Da waren wir noch nicht. Ein schön langer Gang. Da vorne liegen wir uns auf dem Boden. Komm mit. Nitten ist ein roter Punkt. Was bist du? Eine normale Medusa. Mit, 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 mit. Weg hier. Das ist ein ganz schön großer Bereich. Komm. Stopp. Ich höre irgendein Mechanismus. Der klickert immer so. Und die Fackel ist aus. Einmal Fackelicht. Ne, 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 nicht das da. Wir wollen das da. Zoom. Zoom. Fahrstuhl war da hinten. Das hier sieht verdächtig groß aus. Also nächste Kreuzung rechts. Ist hier was drin? Jo. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein Albumsatz mehr? Ja, das läppert sich. Oh. Plattenrüstung. Können wir das wirklich brauchen? Mit Stärke. Was bist du? Können wir das wirklich brauchen? Äh, du kriegst erstmal diese Plattenrüstung. Die andere wird verkauft. Ich höre es zischeln. Jo. Und da ist der Mechanismus. Ähm. Einmal in Steinern. Oh. Äh, also wir könnten das Ding jetzt lahmlegen. Aber wir waren noch nicht überall. Oder? Da war eine Sackgasse. Da war eine Sackgasse. Da war eine Sackgasse. Äh. Aber wir haben nirgends wo Zwerge gesehen. Und oben waren die ja überall verstreut. Also ich denke mal, das werden alle gewesen sein jetzt. Ähm. Na gut. Also. Du. Heilen sie. Du, was das sei. Richtig? Richtig. Dann laufen wir jetzt da hin. Drücken den Mechanismus. Wir müssen gehen. Ja. Wir müssen gehen. Und zwar ganz schnell. Eine Stunde haben wir Zeit. Und die Zeit verstreicht ziemlich schnell in diesem Spiel. Pfeilen ausweichen. Entsteinerung ausweichen. Äh. Richtig laufen. Linksum. Gut, dass irgendjemand so fleißig Karten zeichnet. Und vor allem auch beim Laufen und Zaubern umkämpfen. Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Äh. Hier. Ja. Hier. Okay. Raus. Klick. So. Damit. Müsste der Auftrag auch sicher sein. Denn. Der Mechanismus läuft jetzt zwar für den Fahrstuhl. Aber. Das Seil wird bald reißen. Weil es halt angeschnitten ist. Und sobald es gerissen ist. Wird es keine Möglichkeit mehr geben für die Medusen rauszukommen. Und damit hätten wir unseren Auftrag erledigt. Goodie. Also Zwerge in Sicherheit. Fahrstuhl sabotiert. Sollten wir noch irgendwas hier machen. Aufzug sabotieren. Geisterhaus. Nein. Nein. Rette die Zwerge. Ja. Nö. Sonst haben wir keinen direkten Auftrag hier. Okay. Ausgang. Geradeaus. Ich glaube ja. Schön, schön. Also es waren bei weitem nicht so viele Medusen, wie ich gedacht hätte. Aber die zwei, drei haben schon gereicht. Wir müssen jetzt noch einen Trank oder so über haben mit Entsteinerung. Und das ist auch ganz praktisch so. Denn wenn Lunanera mal erwischt wird, dann hätten wir niemand anderen, der Entsteinerung könnte. Was machen wir jetzt? Zurück zu den Zwergen wollten wir. Dann wollten wir noch zum Geisterhaus. Und den Auftrag mit dem Lift müssen wir auch noch abgeben. Wo war der? Steagulls Nick in Afflea. Ja, okay, wenn wir vorbeikommen. Wohin soll es denn unsere Reise beginnt? Oh, wir brauchen was zu essen. Und wir sollten noch trainieren. Wo wir gerade hier sind. Klick, 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 klick. Du wolltest unbedingt das hier auf 7 bekommen. Du das auf 6. Und du das auf 6. Und du hast reparieren schon auf 4. Konventionenwaffnmeister auch. Streitkolben wolltest du noch erhöhen. Und Körpermagie. Ding. Falsch. Nö, Seelenmagie. Ja, später eigentlich auch. Aber erst mal bewahren die Punkte auf. So, das war das eine. Dann in die Taverne. Und dann gucken wir, wo wir jetzt nächstes hin können mit den Pferden. Wenn es das Elfengebiet ist, dann reisen wir da auch hin und geben die Quest ab. Wenn es Harmondale ist, gehen wir von Harmondale aus zu den Zwergen. Und geben da die andere Aufgabe ab. Verkaufen wäre auch noch eine ganz gute Idee. Ja, wer ist. Okay, Rüstungshändler. Verkaufen. Alles, was du haben willst von dem Zeug. So. Einmal wieder voll machen, bitte. So, so, so. Helm auch noch. Das wird langsam unübersichtlich bei ihm. Das muss identifiziert werden. Schlüssel. Das kann weg. Das kann weg. Ärzte können wir gleich abgeben. Können wir das wirklich brauchen? Rüstungsklasse schadet nicht. Noch mal verkaufen. Weg, weg. Der ist nicht identifiziert, aber der wird nicht magisch sein. Und selbst wenn, ist das ein billig Helm. Das ist nicht so wichtig. Keine. Keine. Waffen. Weg, 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 weg. So, jetzt haben wir noch Kinkerlitzchen. Gibt es irgendwas tolles? Oh, ganz nette Schwerter, aber wir haben keinen Schwertkämpfer. Silber. Ausdauer plus sieben. Das ist doch nett. Wenn das denn noch jemand benutzt. Ja, du hast vorhin einen Silberhandschuh mit plus acht. Du hast auch einen Silberhandschuh. Du hast noch was Besseres. Du hast auch was Besseres. Okay. Magische Gemischtwaren. Waren. Etwas weiter hinten. Da irgendwo. Also am Rathaus vorbei. Da. Wir haben jetzt schon wieder 16.000. Und noch was auf der Bank. Du bist eine Alchemistin. Oh, da haben wir uns doch glatt verlaufen. Wir hätten trotzdem gerne ein bisschen was. So, irgendwas Besonderes. Besonderes. Shit. Eile. Steinhaut. Heldentum. Fluch entfernen. Und die Rezepte sind halt zu hoch. Ne. Hier wollten wir eigentlich hin. Kann ich euch helfen? Verkaufen. Edelsteine. Ringe. Immun gegen Erkrankung. Kann weg. Edelsteine. Ringe, die nichts können. Noch ein Edelstein. Dich würden wir gerne edifizieren. Bevor wir irgendwas anderes machen. Und wir haben dezent viele Stäbe. Viele. So. Alle dahin. Du dahin. Das müssen wir irgendwann sortieren. Äh. Können wir das wirklich brauchen? Nichts. Brauchen wir wirklich noch so ein anderes Ding? Feuer. Eisen. Eisen. Okay. Feuer, Feuer, Feuer. Ganz oft Krankheit heilen. Das brauchen wir auch. Weil wir haben noch niemanden, der es machen kann. Das müsste ein Meisterzauber sein. Obwohl der Trank ist orange. Das heißt rot und gelb. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Du bist doch schon... Ne, du bist noch kein Experte. Wir probieren mal ganz kurz was. Wir nehmen einen gelben, schwachen Trank. Und einen roten, schwachen Trank. Und Krankheit heilen. Also brauchen wir die zigtausend Flaschen eigentlich alle gar nicht. Die verkaufen wir also. Also vier Stück oder so behalten ist okay. Die bringen eh nur 18 Gold. So. Da sind zwei. Da sind zwei. Das reicht. Sind leicht herzustellen. Nehmen jetzt keinen Platz mehr weg. Fluch entfernen. Der ist schon etwas komplizierter. Da bräuchten wir einen lila Trank und einen grünen Trank. Und Experte in Alchemie. Was wir nicht sind. Also nein. So. Wir haben alles verkauft. Wir wollen jetzt zu den Pferdehändlern. Also Kutsche. Und gucken, ob es entweder nach Harmendale geht oder zu den Elfen. Ah. Es kann hier gar nicht zu den Elfen gehen. Mein Fehler. Wir müssen erst nach Harmendale und von Harmendale zu den Elfen kommen. Also. Geht es zu den Zwergen. Oder auch nicht. Haufen. Eine Stunde. Total. Ja, Deja. Wir wollen da nicht hin. Wir wollen nach Hause. Wir wollen nicht laufen. Hammer Day. Es geht sofort los. So. Und von hier aus bis zu nach Süden. Also. Hops. Hier lang. Dann bringen wir die Zwerge alle nach Hause. Dann kriegen wir hoffentlich ein paar Zwerge gestellt. Um unsere Hütte zu reparieren. Und dann haben wir die Zwerge genug Zeit, unser Heim herzurichten. Und dann haben wir das.